Hallo Robi. Oh, sorry, du wolltest ja noch sagen, wir kommen bei blau oder schwarz. Klaus, Kaffee oder Tee? Kaffee, weil morgens ist man sehr müde und der Kaffee hilft einem wach zu werden. Schwarzwaldklinik oder Craze Anatomy? Natürlich die Schwarzwaldklinik. Ja, weil meine Groß-Oma oder meine Großmutter besser gesagt uns früher den Namen gegeben hat, mein Bruder und mir, weil sie die Serie oft in Albanien angeschaut hat. Und daher heißt mein Bruder Jürgen und ich Klaus, wegen dem Professor Prinkmann, glaube ich, der hieß Klaus-Jürgen Wussow in der Serie. Netflix oder Prime Video? Ja, das ist eigentlich für mich ganz einfach. Ich schaue des öfteren Netflix-Serien zu Hause, wenn einem langweilig ist auf der Couch und deswegen ganz klar Netflix. Berge oder Strand? Strand. Ich bin ein Sommertyp und ich liebe die Sonne, am Strand zu liegen, am Meer, das ist das Schönste, was es gibt. Innenverteidigung oder defensives Mittelfeld? Uff, das ist eine schwere Frage. Da ich im defensiven Mittelfeld spiele, dann würde ich das defensives Mittelfeld nehmen, weil man da ein bisschen mehr Zugriff aufs Spiel hat und man sich überall mit einschalten kann. Playstation oder Xbox? Playstation. Seit meiner Kindheit haben unsere Eltern uns damals die Playstation ins Zimmer gestellt und seitdem an ist man nur die Playsy gewohnt. Albanien oder Deutschland? Uff, gute Frage. Da würde ich beides nehmen. Also ich bin hier aufgewachsen, dort geboren. Ich fühle mich zu beiden Ländern sehr verbunden und deswegen würde ich beides nehmen. Freiburg oder Paderborn? Tut mir leid, leider Freiburg. Es ist die wärmste Stadt in Deutschland. Meine Familie lebt dort, meine Freunde, ich bin dort aufgewachsen. Das ist meine City. Family Guy oder Bad Boy? Family Guy. Also von beidem etwas, aber früher war er eher der Bad Boy. Heute bin ich ja Papa, stolzer Papa und es ist wunderschön, deswegen Family Guy. Instagram oder Facebook? Also ich habe keins von beiden, aber ich denke so, was ich jetzt so mitbekommen habe von anderen, wenn ich die Sachen sehe, dann schon eher Instagram. Danke, Klaus. Bitteschön. Bis zum nächsten Mal.